Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen. Eigentlich sind wir noch gar nicht so weit. Ich dürfte eigentlich noch gar nicht neuronale Netze sagen. Es geht mal wieder nämlich nur um die Perzeptronen. Und wir hatten bisher gesehen, wie wir richtig geil lernen können mit einer richtig guten Errorfunktion. Merkt euch die schön. Die brauchen wir später für die neuronalen Netze, genau wie jetzt. So, heute geht es um ein paar leichtere Probleme. Und zwar, was machen wir, wenn wir mehr als eine Klasse haben? Das heißt, wir wollen mehr als nur eine Klasse unterscheiden können. Wir haben zum Beispiel... Ah, ja, weiß auf weiß ist wieder mal nicht so gut. Wir haben zum Beispiel hier einen normalen Klassifikator. Das heißt, wir haben auf der linken Seite hier immer nur die schwarzen Punkte. Und auf der rechten Seite hier haben wir immer nur die roten Punkte. Alles schön und gut können wir super mit einem Perzeptron machen. Das lernt auch ganz toll. Also diese Lernkurve hier, die wird super eingelernt. Problem ist bloß, wenn wir noch eine Klasse mehr dazu kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sowas haben. Also wir haben hier nicht nur diese Klasse, sondern auch wir haben noch so eine zweite Klasse. Das heißt, wir haben hier die schwarzen vielleicht drin. Hier dann die roten. Das sind viele. Und dann haben wir oben noch so ein paar blassgelbe Dinger hier. So, was machen wir jetzt? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können zwei Sachen machen. Wir können nämlich k mal k-1 Klassifikatoren bauen. Und jedes gegen jedes sozusagen abgrenzen. Das heißt, wir lernen erst mal die rote hier gegen die gelbe abzugrenzen. Das mache ich jetzt mal in orange. Das heißt, wir lernen einen Klassifikator, der sowas macht. Der grenzt uns die rote gegen die gelbe ab. Dann lernen wir einen Klassifikator, der grenzt uns die rote gegen die schwarze ab. Das wäre dann ungefähr sowas hier. Wird jetzt ein bisschen unübersichtlich. Und dann brauchen wir noch einen Klassifikator, der uns die schwarze gegen die gelbe abtrennt. Da mache ich jetzt mal so ein hässliches Pissgrün. Sowas hier. Okay. Das heißt, wir haben hier drei Klassifikatoren nötig. Nämlich einmal der rote gegen den schwarzen. Einmal der rote gegen den gelben. Und einmal der schwarze gegen den gelben. Das heißt, wir machen das für jeden. Und da kommen insgesamt K mal K minus 1 Klassifikatoren raus. Also wenn ihr K-Klassen habt, natürlich. Ja. Kann man machen. Ist aber nicht wirklich die effizienteste Variante. Aber durchaus hat seine Vorteile. Also wir können hier das super trainieren. Ich würde euch das auch tatsächlich mal so empfehlen aktuell. Man kann aber noch mehr machen. Man kann auch einfach sagen, ich trainiere jetzt eine Klasse gegen alle anderen. Das heißt, ja, wir brauchen im Prinzip noch ein bisschen mehr. Wir sagen hier, okay, wie trainieren wir diese schwarze Klasse gegen alle anderen. Da bräuchten wir jetzt sogar eine nicht-lineare Trennlinie. Das heißt, wir bräuchten hier sowas in der Richtung. Dann bräuchten wir rot gegen alle anderen. Also was ist rot und was ist nicht rot. Da bräuchten wir dann in etwa so eine Trennlinie. Da können wir eigentlich die schwarze Linie hier recht gut nehmen. Und die gelbe wäre dann wahrscheinlich einfach der Rest. Aber dafür hätten wir auch so eine Trennlinie, die in etwa so aussieht. Ja, hierfür kann man dann folgendes machen. Wenn wir das machen wollen, da brauchen wir bloß einen Klassifikator pro Klasse. Und wir brauchen einen Output-Layer aus Perzeptronen. Also wir brauchen nicht nur ein Perzeptron, sondern wir brauchen ein ganzes Output-Layer. Aber dazu, wie gesagt, es geht um neuronale Netze. Also Netze ist das Stichwort hier. Das werden wir noch genauer machen. Aber man bräuchte hier jetzt schon wieder eine andere Aktivierungsfunktion. Also nicht die Sigmoid-Funktion, sondern die Softmax-Funktion. Und die möchte ich euch gerade mal ersparen. Deswegen, ich wollte euch nur kurz vorstellen, was ihr hier machen könnt. Aktuell würde ich euch einfach empfehlen, macht dieses One vs. One. Also das, was wir am Anfang hatten. Wo wir erst rot gegen gelb, rot gegen schwarz und dann schwarz gegen gelb gemacht hatten. Das ist, ja, das trifft sowieso meistens die besseren Ergebnisse, glaube ich. Und ja, Multiklass ansonsten, wie gesagt, mit diesem Output-Layer aus Perzeptronen. Oder dann tatsächlich mit einem normalen neuronalen Netz. Also nicht nur mit Perzeptronen, sondern mit einem richtigen neuronalen Netz. Und das machen wir tatsächlich nächstes Mal. Nächstes Mal zeige ich euch dann, wie ein Feed-Forward-Netz aufgebaut ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. War ein kurzes Video zur Entspannung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.